Da war der Jab wieder! Ja, man sieht, er hat Schmerzen, aber er kämpft sich auch diesmal wieder hoch. Da ist der Block gegen den Punch. Da verpasst er ihm hier den nächsten Schlag. Ja, und was für einen! Au, was für ein Haken. Haker, Haken. Schöne Rechte! Der Karten ist vorbei. Hier war von Anfang an zu erkennen, wie heiß er war. Er wollte den Sieg unbedingt und genau so ist er auch aufgetreten. Wirklich beeindruckend. Nehmen wir uns die Highlights dieser Runde jetzt nochmal an. Jetzt ist die Freude natürlich groß. Er hat sich hier den Sieg...